Und mich da direkt am Shop nochmal drum kümmern, damit ich so ein paar Inventarplätze noch... Ja, ich kann mir jetzt quasi hier Energieknoten für 10.000 Credits kaufen, was überhaupt nicht überteuert ist. Nö, nö. So, den Halbleiter verkaufe ich. Dich stecke ich in Safe und... Dich auch. Perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich alles soweit. Das sollte hinkommen. So. Dann haben wir wenigstens ein paar Inventarslots frei und ärgern uns nicht darüber, dass alles irgendwo rumliegt. Und jetzt möchte ich hier bitte weiter. Dankeschön. Was? Yo, Dude! Sonst geht's dir aber noch ganz gut, ja? Ach, den will ich doch gar nicht. Ich will den Energieknoten da, Mann. Norm. Was ist denn? Was ist denn? Nein, nicht die Gegner. Warum laggt es so? Es laggt. Nicht die Gegner. Okay, da kann man das gerade mal sehen. Äh, das ist die Geburt eines neuen Mekromorphen gewesen. Also, diese komischen Flug-Aliens machen aus den Leichen diese kranken Monster. Oh, boy. Oh, boy. Hier ist ja überhaupt keine Panik oder so ausgebrochen. Nö, nö. Nö. Nö, nö. Oh, wird das eine Freude. Ein Glück, dass ich den Aufzug hier nehmen kann. Aufzug. Oh, yeah. Das ist so viel besser. Das ist so viel besser. Glaub ich. Oh, shit. Oh, shit. Das ist nicht besser. Oh, what? Das kommt von der Tür. Uh, und das war's dann für... Ja. Na, das ist wirklich nötig. Oh, mein Gott. So, wo komm ich denn jetzt raus? Hier komm ich raus. Isaac! Isaac, hier drüben! Hallo! Ähm. Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles kommt weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum fucken Sie mich an? Isaac! Isaac, das ist doch... What the hell? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Danke. Dude. Nicht witzig. Ganz und gar nicht witzig. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Dankeschön. Nehme ich erst mal mit. Okay. Also, teilweise ist es anscheinend so, dass die Leute hinter diesen Kammern hängen und da nicht rauskommen. Oh, mein Gott. Nein, ich lasse meine Mutter nicht zurück. Wir müssen hier weg. Sofort. What? Oh. Oh, you. Bastard. It's the next thing. Brrrr. Wo sind die beiden denn jetzt hin? Sind die tot? Wow. Das war aber... Hallo. 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 War es das jetzt mit dir? Das war es mit dir. Okay. Ja, die du. So. Tschüss. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Zimmer. Oh, natürlich. Komm jetzt. Oh. Ah, okay. Das ist aus ihm geworden. Schön. Wahrscheinlich hat er seine Frau gefressen oder so. Nom, nom, nom. Was haben wir denn hier noch? Credits. Und... Eine Toilette. Einen Föhn. Ich hätte gerne den Föhn. Oh, what the hell. Wer hat denn die Toilette jetzt benutzt? Der fliegt schön. So. Pass auf. Lässt du das wohl auf? What? Ähm. Die Horror-Waschmaschine. Oder was ist denn das jetzt hier? Das klingt nicht gesund. Oh, God. Oh. Okay. Natürlich taucht er direkt vor mir. Auf. Nachladen. Wo ist der Nächste? Das war's nicht. Nie im Leben war es da. Da ist der Nächste. Die. Don't. 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 Don't do it. No. Oh, hi. Ah. Ah. Ist ja gut. Komm, verpiss dich. Deckt mich alle, ihr Mistkrücken. Wo kommt er denn jetzt her? Und wieso kommt er jetzt aus der Waschmaschine? Mann! Was habe ich jetzt gedrückt? Das auf einmal... Ähm... Ja. Wieso ist auf einmal standardmäßig das... Ah, okay. Haha. Uh, gut. Er wollte die Waffe nicht wegstecken. So. Ähm... Ja, jetzt werden erstmal diese Kadaver hier lustig ausgeschlachtet. Weil... Wegen Zeugs und so. Storm. Ähm... Hapun? Ich habe die Hapun-Waffe doch gar nicht aufgenommen. Warum haben die denn... Die will ich nicht. Und so langsam wird es knapp mit der Munition. Vielleicht hätte ich doch etwas mehr mitnehmen sollen. Okay. Da geht es lang. Vielleicht gibt es hier aber auch noch was. Nö. Nichts. Null. Nada. Niente. Außer wundervoller Aussicht. Wow. Da brennt was. Wust. Okay. Und da hinten kann man schon hingucken. Wahrscheinlich komme ich jetzt dorthin oder so. So. Ja, damit. Bums. Und danke. Öp. Kumpel. Ist ja okay. Ist ja gut, Kumpel. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Norm. Okay, da geht es weiter. Aber da liegt auch noch was. Ein Textblock. Angucken. So, Titan, Teil 1. Und wir scrollen. Oh yeah. So. Ähm. Da. Da ist wer. Warum ist da wer? Und der lebt noch. Oh boy. Dieses Spiel ist nicht gut. Für mich. Aufzug. Wette, der bleibt auch wieder. Überall sind Necromovs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren... Ho ho. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie. Und Titan Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn. Dann bringe ich Sie zur Bahnstation. Kissen, die Power. Dana? Verdammt. Immer dieses Verdammt-Wort. Ey, ist so wortgewandt, ne? Das ist unglaublich. Ähm. Okay. Ich höre ein Kind. Und. Dieses Kindergeschrei bewahren wir uns fürs nächste Mal auf. Denn ich werde hier speichern. Ja. Und würde sagen, ich bin Mero. Das war's für heute mit Let's Play Dead Space 2. Bis dahin. Wenn das heißt. Warum schreit da ein Kind? Und tschö tschö. Ihr Liebbar. Ja. Vielen Dank.